So, da sind wir wieder. Ähm. Ja, diesmal aber alleine. Ich hab mir einfach gedacht, ich bin einfach mal ein bisschen Blindpick, also. Ja, und ich spiele diesmal TF. In der Mitte. Das wird sicher witzig. Ich bin immer wieder. Ach ja, Ari. Willkommen in der Summoner's Rift. Und ein Zed-Jungler haben die. Okay. It's all in the card. 30 Sekunden until minions spawn. Looking good. Okay. Okay. Ist das wirklich interessant. Oh, die Gegner haben den TF-ADC anscheinend. Das wird sicher interessant, was der Timo jetzt, dass der Timo jetzt versucht, den Ding, äh, das, äh, die Quacks zu stehlen. Oh, die Gegner. ... Dealer. Stealer. Um, it's my lucky day. Ha, wrecking. Gott, ich fahre wieder mal sooo schlecht. Ich hasse das. Oh, ich habe verloren. Oh, ich sehe das. Oh, ich sehe das. Oh, ich sehe das. Oh, ich sehe das. Zugehner ganz aufgenommen, hab halt nur einen Teil davon. Naja, egal. Ach Gott, kaum schrubben. Ach Gott. Ich bin immer so scheiße am Fahren. Ich hasse das einfach. Ach, ich hab aber warte hier, ich hab's schon so lange nicht mehr gespielt. Oh, wir haben sich das jetzt hinbekommen. Oh, okay. Um, okay. Das ist jetzt ein bisschen uncool. Achso, ich dachte schon, da hätte er gerage gewidtet. Okay. Oh Gott, Miss-Click auf Doom. Ich frage mich manchmal glücklich, wie ich sowas versauen kann. Solche Miss-Clicks passieren mir vor allem wirklich selten. Was ist das mal wieder rein? Ah, come on. An ally has been slain. Okay, das war dumm von mir. Witzig, wenn die noch in Minions gestorben wären. Ich weiß nicht. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Wohin? 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 Da, ja, da. So. Nein. Oh, schau. Oh, cool. Oh, what? Nein. Oh, shit. Oh, das ist ein Zett. Okay. Okay, Flash. Ich mache aber auch dir nicht gerade sehr viel Schaden. Ich bin gerade so schlecht. Ich hasse das. Ach ja. Ich bin gerade so schlecht. Okay, nevermind. Ein scheiß Ghost von mir. Ich habe mich aber schon fast wiederholt umbringen. Einfach nur und dabei alles andere Mist. Oh. Ich habe mal endlich was richtig hinbekommen. Yeah. Ich habe es glaube ich schon mal in irgendeinem Video gesagt. Da wartet aber nicht zu viele Plays hier. Wenn ich mich gerade gut spiele. Naja. Ich werde einfach versuchen mein Bestes zu geben. Was ist hier? Oh, Faktionni. Oh, Faktionni. Nice. Oh, Faktionni. Und der Knight. Faktionni. Ach komm schon, Ahri. Komm wohl. Ach komm schon, Ahri. Ahri, jetzt kann ich dich töten. Ach komm schon, Ahri. 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 Das war's für heute. Oh, 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 oh. Also wir müssen auf den Rahmen konzentrieren und dann schau doch irgendwie die ganze Zeit auf die Polizia zu gehen Ich war vorhin ziemlich ahead der Ari beim Farmen und jetzt einfach so, hat er mich einfach so eingeholt. Oh, das war's für mich. ...dealer. Ah, das ist eine E-Fuhr. Ich muss nur pushen. Oh, cool. Ich fühl mich so recht gut. Wird jetzt echt nicht gedacht, dass die auch wieder da ist. Was ist da hier einer? Ich fühl mich richtig useless, man. Aber tatsächlich ist witzig. Kann ja so ganz gehen. Kann ja nicht in jedem Game gut sein. Vor allem wenn man irgendjemanden spielt, den man erstens lange nicht mehr gespielt hat. Auch damals hat es mehr gespielt. Schon nicht viel gespielt hat überhaupt. Ist auch wieder so eine Sache. Das ist nun noch eine Sache. Ich glaube, ich bin sicher. Die Schaden hat sich ausprobiert. Die Schaden hat vielleicht gehört, dass ich immer vor allem das Spiel habe. Das spielt nur die Schaden. Die Schaden hat sich an den Schlag. Ich weiß nicht. Okay, heute ist echt nicht der Tag, ich achte irgendwie auf überhaupt nichts mehr. Aber ich habe jetzt überhaupt nicht darauf geachtet, ob irgendjemand anders in der Darmstimme immer da holt. Ach ja, ich habe auch wieder Lust auf die Arena. Charme, ich bin sicher. Okay, ich bin sicher. Okay, ich bin sicher. Oh shit, unfurl 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 Ah, ich geh lieber mit Okay, never mind Oh shit Wenn ich hier toplay pushen Hab hier einen Bluepot Und ich bin fucking TF Oh shit Oh shit Oh shit Oh shit Ah, wo ist die Stoff? Ich habe Pech gehabt, Dev. Oh, komm schon, je, ist das dein Ernst? Ich will doch nur pushen. Mann. Ist das echt so viel verlangt? Ist das überhaupt so, denke ich auch? Ich glaube, Timo und ich könnten den killen. Okay, aber anscheinend will er nicht. Ich bin ein Kind. Charmed, ich bin sicher. Ich habe viel zu früh geflasht an, von wo da ich vielleicht noch rauskam. Also rauskam. Ja, der geht auf der Base mit. Ach, ich hasse nie so einen richtig nerviger Champ. Ihr könnt ja auch hier die Comments schreiben oder so, welchen Champ ihr habt. Fast an. Also welche Champs ihr am meisten hasst eigentlich. Also gegen sie zu spielen halt. Schreibt das einfach unten rein, danke sehr. Ich würde das echt noch wundern nehmen, welcher Champ wirklich von den meisten Kast wird. Aber wirklich, was haben wir noch? Schreibt die Champs auf. Abgesehen von Timo, okay? Es ist ja sowieso klar, dass die meisten ihn hassen. Also irgendwie... Alles außer Timo. Kann ich den Z fighten? Oh Gott, ich nicht. Ja, allerdings denke ich. Und ich denke... Ich will jetzt viele Ar garden immer noch einenactionen. Und ich benutze ihn halt. Ich kann den Z vanished auf goesbern. Ich kann das wo Money Ich an 좀 wieder ablegen. Ich würde mich niemals auch nach einem Wasser recknowten. Aber ä right ehrlich sein. Und ich würde mich äh, wenn es mich selbst zu tun. Da war die Arribon ein bisschen greedy. Oh, help. Ach, der hat wieder an das gebläht, sehe ich gerade. Nice. Wieso, die noch etwas von dem pushen will? Ich hätte den Tower einfach so in zwei Sekunden umnieten. Hm? Okay. 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 Oh, man. Some bitches nervt mich gerade. Oh, ich habe das Gefühl, dass die am besten wir sowieso gleich uns verbessern. Ich habe das Gefühl, wenn ich das machen will. Schon wieder heute? Ich habe das Gefühl, dass die am besten in den Fall ist. Oh, der ist wirklich gut. 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 Drake, los. It's my lucky day. Wieso kommen alle immer dann zum Drake, wenn man den macht? Es ist einfach nie geworden beim Drake und dann denken die einem plötzlich, ja, macht sicher gerade jemand Drake. Ich hasse es einfach. Ich hasse es. Dass er das immer schafft, während meine scheiß Goldkarte liegt. And so. Und dann schauen wir mal mal mal. Er kann mit seiner Q einfach fast jeden Skillshare-Shot dodgen einfach. Plus man braucht nicht mehr viele Eid. Sie müssen es eigentlich wirklich nur grünen Sus und der Blade. Und... ... ... ... Mein Meda macht das ganze Gegner-Team wieder. Das ist aber so lächerlich mit dem Champ manchmal. Ja, schon ist Sia anfällig, aber kommt schon, wir haben solche... Wir haben nicht gerade solche Instant CCs. Wir haben einfach solche, die easy von seiner Q gedodged werden können. Eben mein Stuncard. Ja, ich glaube, da macht es schon. Ich will es eigentlich mal... Ich will es eigentlich mal split pushen, komm schon. Geh, einfach mal top lane. Scheiß drauf. Dealer. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Die Mets sollten vielleicht mal aufhören, um alleine rumzurennen. Okay, ich bin halt auch nicht viel besser, aber sowieso. Ich bin ja eigentlich auch eher ein bisschen Splitpushen jetzt. Die kommen eigentlich ja schon gut ohne mich, klar. Wenn sie nicht grad irgendwie weggeräht werden. Okay, dann sind sie schon wieder weg. Natürlich. Ich bin wirklich aufhören. Ich bin wirklich ausgerastet, wenn er jetzt mitgekommen wäre. Always on the run. Oh, Blubuff, Blubuff, bitte. Tja, Echo. Natürlich hat der Yeezy fast beide umgebracht. Und... Ist er tot? Yep. Ja, hier nehmen wir uns einfach einen nach Marnborn aus. Genau, das hasse ich einfach. Ah, natürlich hat er die Yeeons in der Base. Oh, what? Wir müssen jetzt endlich mal was erreichen. Aber irgendwie waren meine Mates nur fighten. Also, ich hätte irgendwie pushen oder so. Okay, ne, war meins. Ähm, okay. Ich glaub, meine nicht schießt. Nee, aber seine Schuhe. So. Nee, 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 Zed. Schon wieder Wann-Di-Fuße, sondern die werden... ...wann die werden Kills machen. Wow. Und die ist halt wieder da. Einfach raus. Oh, weh, es kommt jetzt gleich hier oder so. Ich will einfach nur in Ruhe gelassen werden. Ja, okay, das gäbe es verloren. Wenn Diana stirbt... Was machen die denn die ganze Zeit? Die sollen doch... Boah, hei, ah, nö. Always on the ground. Bei mir ist halt der Yi ist halt so tankig. Ich kann den nicht einfach so mal One-Shot oder so wie sonst. Ah, okay. Nice, nice, nice. Demo ist gut. Wer lebt jetzt wieder? Luchs? Okay. Nice, nice, nice. Your team has destroyed an individual. Charmed, I'm sure. Charmed, I'm sure. Ist das dein Ernst, Varus? Ich brauch den. Oh verdammt, wieder falsche Karte. Wieso wollen die denn jetzt machen? Der Base wird einfach gerade eingepusht. So, jetzt können wir. Ja, Varus ist tot. Come on Timo, ich sollte den je oder so. Irgendwo muss der noch sein. Okay. Charmed, ich bin sicher. Ich bin sicher, ich bin sicher, ich bin sicher. Ich bin sicher, ich bin sicher, ich bin sicher. Ich bin sicher, ich bin sicher, ich bin sicher, ich bin sicher. Ich bin sicher, ich bin sicher, ich bin sicher, ich bin sicher. Ich bin sicher, ich bin sicher, ich bin sicher, ich bin sicher. Ich bin sicher, ich bin sicher, ich bin sicher, ich bin sicher. D.L.A. Jaffn Tower Die wollen jetzt wieder feuchten. Ganz einfach. Einfach weggehen. Wieso auch immer der Timo reingegangen ist. Die müssen einfach rausgehen. Einfach pushen, man. Ich habe mich einfach vom Timo reingegangen lassen, weil ich ihm noch helfen wollte. Naja, aber die sollten eigentlich reingepusht werden jetzt. Timo kann das noch deffen auf jeden Fall. Also finishen können die eigentlich gar nicht. Die können wohl nicht mitmachen. Die Luxe schafft einfach so gut zu deffen. Okay. Ja, okay. Ist fast full build. Und hat noch eine Biste halt. Der hat einfach dreimal Gerasi-Items. Mit den Boots. Eben. Diese Items vielleicht noch. Ja, okay. Mal Mortius. Aber hallo. Ist einfach nur stupid. Das witzige ist. Er hielt sich einfach an Minions. Er hielt sich nicht an Minions so stark hoch, aber an uns natürlich wieder 10er stärker. Das finde ich wirklich interessant. Come on, Drake. Wir brauchen Drake. Und da müssen wir fighten. Einfach Yi fokussen. Und ich glaube, die wollen jetzt wieder mal fighten. Und ich glaube, die müssen wir jetzt auch versuchen. 300 Gold. Hm. Ja, okay. Ich wusste nicht. Ah, doch nicht. Stimmt. Er hat ja Gold. Da geht ja. Oh man, der Elke jetzt mal gerade… Ausch buntig. Wir können doch nicht vor Ort so schnell. Okay. Okay, dann machen wir dann aber den Hillen. Okay, und da ist er wieder gewesen, George. Ja, okay, jetzt haben wir so einen Scheiß, wenn wir jetzt aufhören. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Es hat mir jetzt niemand... Wir könnten ja... Egal, wir könnten eigentlich finischen. Jawohl, na doch nicht. Ich seh's grad. Oh man. Oh, einfach. Fragment Rage. Oh, Mist. Da. Okay, nevermind, dann. Äh, what? Okay. Äh, das war ein Lag. Lag. Ja, ich weiß schon... Was pingen die denn die ganze Zeit? Ich bin ja schon dabei. Ich weiß schon. Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Warum? Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, das kommt hier wieder. Oh, dang it. VARUS! Alter, das geht ja einfach nicht um den Nexus. Oder wir examinieren das noch, weil die einfach zu doof sind, so auf den Nexus zu hauen. Kommt schon, Leute. Bitte. Oh, okay. Oh, der nächste Drake ist gleich da. Ich überlege ja fast sogar meine Boots zu verkaufen für einen Thornmaid oder so. Ich werde einfach Half-Life von einer Ult, das ist doch nicht dein Ernst. Äh, ich frage mich was ein Thornmaid macht. Hätte der das ein bisschen später gemacht, dann wäre ich schnell dahin gegangen. Und hätte ich wirklich für mich schnell getraut. Oh. Jetzt können wir endlich finishen. Es ist alles in der Karte. Nein, 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 nein. Oh, Sonias, ich wollte gerade selbst ulten. Junge, die South-Brown, wieso greift niemand den scheiß Nexus an? Wir haben den je getötet und dann versaumen wir es einfach wieder. Jahren hat sich wieder an Angst, dass inangi zu werden. Ja. Oh. 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 Oh, oh. 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 Oh, oh. 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 Das war's für heute. 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 Oh, man.